Ein Bioanbauer ist auch ein visionärer Anbauer. Er muss neugierig sein, er muss neue Methoden suchen. Wir sind innoviert diesen Methoden, um an unseren Boden zu erzeugen, was aus der Erde kommt. Wir wollen die bessere Qualität an unseren Boden zu erzeugen, um die bessere Klieren zu erzeugen. Wir haben eine Initiative, die wir von Nijal-Ajuntamiento unterstützt haben, denn wir sprechen über die gesamte Geräte integral des Residuos, in der gesamte Intensiv produziert werden. Wir sind eine Pläne von Kompostage, in der wir die Restos von Kompost generieren, und sogar die Strecke aus dem Markt, um unser eigenes Kompost zu generieren. Wir zerstören den Kompost, damit wir die Residuos reduzieren. Das ist der Grundsatz einer Nachhaltigkeit, dass wir eben keine Verluste haben, sondern dass wir praktisch sogar den Boden aufbauen und in Zukunft einen besseren als einen schlechten Boden haben. Man muss einen anderen Gedanken haben, dass wir diese ganzen Sachen, die wir vom Boden bekommen, die ganzen guten Früchten, Gemüse, das die Erde uns gibt, dass wir das zurückgeben an die Erde. Und das ist diese Philosophie von Kompost Corporation.